Wie ihr wünscht, einige Siedler haben keinen Platz zum Nächten. Eure Bauernhöhlen produzieren nicht genug Essen. Schwefel sehe ich auch überhaupt gar keinen. Oh, sie kommen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eine eurer Gelehrten ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. Feinde haben einen Held attackiert. Betrachte die Sache als erledigt. Ari, komm her. Wir brauchen dich hier. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint. Wenn ihr meint. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Scheint aber nur ein Nahkämpfer zu sein. Und eine Kanone. Eine Kanone ist mir egal. Ihr meint. Betrachte die Sache als erledigt. Wird erledigt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich soll ich gar nicht hier sein. Gut. Betrachte die Sache als erledigt. Wird gemacht. Wird gemacht. So. Gut. Wir kleben außerdem. Okay, Ari kann doch die Kanone da hinten. Weißt du was? Schießt ihr auf die Leute da? Und rund geht's, Leute. Schlachtet sie. Dann würde ich die Kanone da oben fast mit stehen lassen. Nein, nein, nein. Ihr haltet euch da raus in dem Spaß, Leute. Ihr bleibt Reserve. Hier. Start. Okay, die ziehen sich zurück, um sich zu nachzurekrutieren, wie es aussieht. Dann töten sie die Kanone. Das sind keine Spawn-Gruppe. Jedenfalls. Kommt zurück. Vorher hat man euch noch frisch zu machen. Mist. Ja, toll. Ähm. Gruppe 8 nimmt vier Leute mit auf. Und es wird sich weiter hier unten drauf. Aus euch. Wofür noch zwei Lapeigene fehlen. Aber das geht nicht ganz auf. Und dann, dann haben wir den allen übers Ohr gehauen. Und der. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ja, es fehlt hier noch einer. So, Gruppe 8 ist jetzt auf 16. Soll sich hier drum kümmern. Aus euch wird Gruppe 7 gemacht. Und Gruppe 0 würde gerne eine... Ach ja, genau, weil wir es ausgebaut haben. Ich sehe. Naja. Okay, Pelgram, deponieren neue Kanonen. Wir dachten es aber schon, dass die hier anpöbeln würden. Okay, das ist merkwürdig. Aber interessant. Hier oben ist kein Platz, oder? Das war einfach nur ein Hiergespinst meiner Seite. Ich hab's gedacht. Aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ja, wird erledigt. So. Gruppe 7. Nimm die noch mit auf. Hier. Irgendwo geht es nicht auf. Sie dann, dass der nicht mitzählt zu Gruppe 7. So. So. Dann haben wir den Alten über das Ohr gehauen und der... Oh. Tag, Chef. Hier sind Bäume im Weg. Gruppe 8. Der Baum. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. So hohe Steuern hab ich... So. Dann könnt ihr unterdessen die Wehrpflicht erforschen, um sicher zu gehen. Weil man niemals genau weiß, was in Unsinn nicht noch passieren kann. Ich glaube, Vak und Ari mit ihren Fähigkeiten sind theoretisch schon in der Lage, das Ganze ganz gut zu frisch zu halten. Ha. Mach die Bäume da weg. Zu wem gehörst du? 7, 8, 9 Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, ähm... Und da kommen sie wieder. Dann legt mal los, Leute. So. Wir haben einen Held attackiert. Heureka! Quakelauf! Wie ihr wollt. Sicher. Ich tue mein Bestes. Sauf haben. Na gut. Ja. Holt sie euch. Okay, holt sie euch nicht. Setzt euch lieber weiter fest. So, wir müssen gleich ein bisschen beten. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wir können die Steine erstmal normalisieren, glaube ich. Sonst zerrennen sich die Leute gleich weg. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Bauernhof nach da hin. Konstruktion. Und, soweit wir drei Steine zusammen haben, kommt eine Festung. Also ich kann Gruppe 7 kurz mal die Steinhaufen hier schlagen. Habe ich glaube, dass der Große unserer Armee jetzt wahrscheinlich aus Sperrträger und Langbogenschützen bestehen dürfen? Moment mal, wir können uns Handelsgewesen ran, oder? Habe ich mich irgendwo verlesen? Also Stelle dürfen wir nicht bauen. Kanonengießer dürfen wir. Türme dürfen wir nicht. Eine Kaserne könnten wir hier außen setzen. Ehrlich gesagt sehe ich keinen Sinn darin. Dieser Bereich hier oben lohnt sich eigentlich wunderbar für eine Wirtschaft. Das könnte nur ein bisschen schwer zu verteidigen sein. Und Alchemie, weil wir ansonsten so nirgendwo hinkommen. Festung. Festung gibt uns dann Zugriff auf unsere... Das Handelswesen, das müsste dann theoretisch das Stadtzentrum geben. Was setzen wir hier in die Mitte? Ein Sägewerk? Ja, warum nicht? Setzen wir ein Sägewerk hier in die Mitte. Das werden wir sehen. Ah gut, wir haben schon den Bauernhof hier stehen. Ich hätte das Sägewerk vielleicht ein bisschen gedreht setzen möchten, äh, wollen. Aber so wird das auch schon gehen. Eine Bank würde sich hier theoretisch von der Ästhetik her wahrscheinlich am besten machen. Aber wir werden sehen. Glocke. Eine Sägewerk werden wir sowieso brauchen, wenn wir Holztruppen benutzen wollen. Die Technologien alleine schon. Herr Grimm, wer ist denn schon in der Kanone sitzt für gleich? Ich tue mein Bestes. Wird gemacht. Ja? Sofort. Ja. Das Gebäude ist... So. Das steht. Handelswesen. Büchereien sind nicht verfügbar. Wir können keine Uhren bauen. Flaschenzug ist nicht verfügbar. Wir müssen mit Stufe 2 Truppen... Taktiken, gut. Was bringen uns Taktiken? Das würde uns... Taktiken würden uns eine Sache bringen. Zugriff auf Sieg auf Obelisken. Für... Für Motivationsgebäude. Aber... Also keine... Keine Kirche? Nun, dann bauen wir 2-3 Kapellen und setzen auf Sägemühlen ohne Ende und bauen uns eine Holzeco des Todes auf. Eine eurer Hilden wird angegriffen. Gut. Ja, ist gut. Das können wir schließlich auch machen. Brauchen wir uns jetzt das Handelswesen für den Ausbau. Gut, gut. Ui. Ein Mensch wird hier wütend, Leute. Keine Angst. Ich verstehe was davon. Wack. Ja. Jawohl. Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. Wird gemacht. Ja. Ja. Jawohl. Ich muss gleich von Wack eine Heilung bekommen. Sobald er seinen Blutrausch aufgeladen hat. Jawohl. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja. So. Da gibt es die Heilung. Plachtet sie in Gruppe 1 runter. Ergreift sie. Bewacht das Gebiet. So. Macht sie weg. Ich werde es euch zeigen. Ihr tötet die Kanone. Solange wir das bauen dürfen, ist ja alles gut. Natürlich. Komm, Ari. Du hast ihn erwischt. Na gut. Sehr gut. Kein Überlebender aus dieser Welle. Ja, mein Herr. Gelocker. Wir hätten jetzt nochmal Alpesbrief vorausdrücken müssen. Egal. Wir haben hier außen noch ganz guten Platz für weitere, für eine weitere Wirtschaft. Aber zumindest, zumindest für ein bisschen was davon. Wir müssen uns hier die Ressourcen zusammen kratzen, um hier ein Lager hinzusetzen. Dann können wir hier, ja, können wir zumindest, okay, eine Büchsemanufaktur dürfen wir bauen. Wir müssen jetzt schon, ob wir die Technologien dafür freikriegen dürfen. Gruppe 7 hackt das. Gruppe 8 hier rüber. Macht hier hinten den Platz frei. Gruppe 9 und Gruppe 0 hier rüber. Weißt du was? Nee, Gruppe 9 und Gruppe 0 hacken hier unsere Stadt weiter frei. Nein, ein Lundenschloss ist nicht verfügbar. Okay, gut. Also, oh Gott, das wird fürchterlich. Oh, wir müssen uns Eisen kosten. Ja, da bin ich ein bisschen sehr vorsichtig mit. Ich meine, klar, wir brauchen das wahrscheinlich. Nein, wieso brauchen wir so viele Steine? Brauchen wir eine Steinwirtschaft? Sehr aktuell nicht im wirklichen Sinn dahinter, denn wir müssen keine Türme bauen. Und Türme sind irgendwie immer der Hauptkostenfaktor, wenn es um wirklich viele Steine geht. Oder wenn wir eine großartige Schwefel-Eco aufbauen würden. Mit welchem Schwefel? Wofür wir Steine brauchen? Und wofür wir die Steinmetze bauen müssen? Ist, damit wir Obelisken bauen dürfen. Stimmt. Wir müssen unsere Motivation immer noch auf 300% kriegen irgendwie. Und Obelisken können das. Wir brauchen allerdings einen Haufen Eisen und den können wir nicht wirklich zusammenbekommen. Oh, das wird schüchterlich. Das sind 600 Eisen, die wir dafür ausgeben müssten. Oh, wir können nicht mal die Sägemühle aufwerten. Das heißt, wir kriegen nicht mal die Technologien. Wir würden die Sägemühle nur für Veredelung bauen. Das ist es einfach nicht wert. Ausbau fertig. Aktuell bringt das alles nicht so viel. Erforschen wir das Zahnrad zuerst. Bereiten eine Steinwirtschaft vor. Mit nur einem einzigen Dorfzentrum wird das Ganze natürlich ein bisschen sehr eng. Oh, ihr seid hier fertig. Dann packt mal Holz. Wir haben hier natürlich noch einen Steinhaufen. Und da oben auch noch einen. Das sind 800 Steine, haben wir noch als Haufen. Und wir werden noch ein paar brauchen. Ich wünschte, hier oben würde der ähnliche Bauernhof einfach Platz finden. Aber es würde das mit gedrehtem Gebäude, nur wenn gedrehte Gebäude nicht komplett kaputt wären. Aber da lässt sich halt nichts dran machen. Opo 9 kann diesen Steinhaufen kurz mal bearbeiten gehen. Zahnrad ist geforscht. Sehr schön. Das ist der Witz, dürfen wir Steinmetze bauen. Könnten wir hier unten anlegen. Spannen wir uns das Lager. Müssen wir nur einen Haufen Lehm zu beschaffen. Das Hauptproblem wäre natürlich auch hier sein, den nötigen Bauplatz für die Versorgung zu finden. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, einfach hier draußen das ganze Land zu nehmen und auszubauen. Wahrscheinlich ist das auch, was wir machen werden, nachdem wir es mal gespeichert haben. Wir wollen ja vorsichtig sein. Dann würde ich sagen, schicken wir Gruppe 7 auch nach draußen, um hier mitzuroden, sich hier den ganzen Lehm einzuverleiben. Gruppe 0 kann so lange hier weiter gelangt roden. Sicher ist sicher. Noch eine Kanone nach da hin. Gut, wenn wir hier genug freigeräumt haben, wird das ja ganz gut klappen. Das setzt natürlich voraus, dass die Leute konzentriert hacken. Also in diese Richtung bitte. Wie gesagt, hier ginge definitiv ein bis zwei, wenn wir hier alles roden, könnten wir wahrscheinlich sogar alle versorgen. Können wir die Ästhetik komplett wegschmeißen. Hallo? Will das nur ich, oder werden die langsam schlecht gelaunt? Tötet sie alle. Ich vertraue darauf, dass sie einfach in der Lage sind, das zu tun, was ich aufgetragen habe. Oh, und dass wir echte Truppen einsetzen müssen. Greift ein bisschen konzentrierter an, damit die Leute schneller sterben. Denn wir sehen, wenn die alle auf ein Ziel losgehen, dann massakrieren die das einfach. Wir müssen das Geld erstmal bunkern. Außerdem können die Steuern jetzt hoch. Wir müssen große Massen Geld anhäufen, damit wir die Motivation hochzimmern können. Ari, wie sieht es eigentlich hier drüben aus? Andererseits bleibt hier, wir lassen den Hund gucken. So, Reiterei dürfen wir nicht ausbilden. Das bedeutet unsere... Oh, hallo, Kiste. Kiste! Sei gut, sei brav, sei was Gutes drin. Wow, danke. Ich gebe zu, am Anfang wäre das ganz schön nützlich gewesen. und selbst jetzt gerade wird das immer noch einen guten Nutzen haben. Das ist einfach so ein hinterhältiger Turm. Felsen. Es ist Zahltag. Einer eurer Sägewerker ist traurig, weil die Steuern eurer Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. So. Ja, das sind nicht wenige Leute. Aber es ist alles Nahkämpfer, das heißt, das ist... Leonardo, was hast du jetzt schon auf den Schwachsinn getan? Geht einfach nach ran und fahrnicht den Turm. Ich habe keine Burg gesehen, das bedeutet, die haben wahrscheinlich keiner. Die beste Methode, hier anzugreifen, wird daraus bestehen, einen Haufen von Aris-Banditen und Hundis reinzuschicken und danach die Türme wegzustürmen. Und danach kann man sich um die Kaserne kümmern, während die Feinde noch im Kreis rennen. Aber kann das mit einem Haufen Sperrträgern definitiv ganz gut machen. Problem wird der Bevölkerungsplatz sein. Bum ist weg. Achtung mit der Kanone jetzt. So. Es kommt nicht umhin, nicht wahr? Gruppe 0. Schlagt den Eisen auf. Wir brauchen 600 Eisen abfarmen. Die brauchen wir halt einfach. Woran hängt das hier? Woran hängt das hier? Ist das dieser komische Findling hier? Hier wird jetzt Effizienz angewandt. Weil die Steuern zu hoch sind. Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Ungeschubse? Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Denn wie wir alle wissen, Steinmetze arbeiten immer effektiv. Ich hab getan, was du wolltest. Wenn wir sie ausreichend versorgen, werden die das schon hinkriegen. Die beschaffen uns unser Eisen langsam zusammen, damit wir Richtung Obelisk gehen können. Und dann setzen wir unsere Obelisken und Siegesäulen einfach wortwörtlich überall hin, wo es irgendwie geht. Reiterstatuen wären natürlich noch ein bisschen effektiver. Können wir aber nicht hin. Zitadelle dürfen wir zumindest. Das bedeutet, theoretisch können wir jetzt schon an Bastardschartkämpfer und Helibadierer rankommen. Die werden vernünftig arbeiten und dann müssen wir sehen. Vielleicht müssen wir auch 20 Sägewerke bauen, damit wir ein Holz pro Tag veredeln können. Marktplatz ist erlaubt. Das im Markt wäre Verbot auf einer höheren Stufe. Interessant. Wir könnten und sollten wahrscheinlich einfach handeln. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten ähm äh Lichtung und habe Holz gefällt. Feinde haben einen Held attackiert. So, einen nach dem anderen schlachtet sie. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ein bisschen konzentriert draufschlagen. Ich werde es euch zeigen. Können wir handeln? Können wir es da raus? Natürlich. Natürlich. Wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich. Wir machen ein Quicksave. So kann ich den abbrechen, falls wir einfach keine Handelsangebote nutzen können. Falls wir können, wir haben viel Holz. Wir werden noch mehr Holz einhandeln, wenn wir auch nicht auf Holztruppen setzen müssen. Holz Thaler würden wir sechs Märkte brauchen effektiv sechs bis acht Märkte brauchen, um effektiv zu arbeiten. Und wahrscheinlich dass es klappen wird. Gehen das her. Ne, wir können nicht handeln. Okay, gut. Laden. Der Marktplatz ist da, aber es gibt keine Handel. Wie dreckig. Schade. Habe ich mir gedacht. Stand nämlich in der Map-Beschreibung so, aber man musste es testen. Im Namen der Wissenschaft und so. So, weiter geht's. Wo haben wir Ach, die Gelehrten hier von der Uni sind das. Hier im Bauernhof zu bauen bringt gar nichts. Hier werden wir ein bisschen sehr platzsparend sein müssen. also zimmern wir die auf Mühlen hoch. Und zwar alle. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr braucht mehr Steine. Ja, mehr Steine kriegen wir. Dürfen wir nicht, dürfen wir nicht. Das ist die einzige Stufe 3 Verziehung, die wir kriegen dürfen. Ausbau vollbrach. Naja, mal sehen. Wir werden sehen. Das Gebäude ist ausgebaut. Wir stehen auch vor der Situation, dass wir echt nicht mehr so viel Bevölkerungsplatz übrig haben. Und wir brauchen wahrscheinlich wirklich eine zweite Kapelle, damit wir effektiver arbeiten können. Denn ohne Kirche wird das anstrengend. Wir haben hier halt einfach zu viel ausgebaut. Das ist ja der Fehler gewesen. So, für Taktiken fehlen so noch 200 Eisen. Pelgrim kann sich gleich noch eine Kanone hinsetzen. Meint ihr? Na, wir arbeiten ein bisschen effektiver. Tobias Leitkarten haben generell nicht so viel Bauplatz. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig mit dem Zeug umgehen. Okay, wir brauchen nur einen einzigen Ausbau und dann können wir die Kapelle hier versorgen. Und dann machen wir das. 150 Steine go. Gut. Das wird ihr ein bisschen im Griff kriegen. kein Problem. Gut, unsere Steinmetze sorgen jetzt einfach, dass wir Steine ohne Ende hoffentlich bekommen. Ich meine 100, nicht wahr? Ja, 100 Steine pro Obelisk. Wochen 37 Wochen 3700 Steine um die Werden 37 reichen? Schätze, wir werden sehen. 200 hier von kein bisschen mehr. Ne, 100. 100 davon kein bisschen mehr. Denn der Haufen muss im Endeffekt noch herhalten, um zu dienen in ganz vielen Hinsichten. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Pelgrim, kannst du inzwischen wieder? Nein, noch nicht. Stehe dahinter. Ari und Waag können bereits ihre Verstärkung rufen, das ist gut. Und zwölf müssen wir Truppen entlassen, da würde ich die die kostet halt Eisen, ich möchte die eigentlich nicht entlassen. Wir müssten die sonst nämlich mit Sperrträgern ersetzen. Und wer will das schon? Sperrträgern